Das ging jetzt doch alles ein bisschen schneller als gedacht. Unser FC Hansa hat einen neuen Cheftrainer. Patrick Glöckner, 45 Jahre alt, letzte Saison bei Waldhof Mannheim unter Vertrag gewesen, kommt jetzt hier also an die Ostsee und bekommt einen Vertrag. Bis zum Ende der Saison sollten wir den Klassenerhalt schaffen, dann wird er um ein weiteres Jahr verlängert. Und ja, mein Bauch dreht sich ein wenig. Also es waren ja erst mal noch ein paar andere Kandidaten, erst im Fokus ein Robert Klaus, ein Uwe Neuhaus. Am Ende muss man sagen, wird Pikenhagen, denke ich, schon seinen Kopf gemacht haben, auch schon ein paar Wochen, Monate vorher. Und mein Gefühl sagt mir, das Ganze stand schon viel früher fest. Man hat nur auf das eine weitere schlechte Ergebnis gewartet, um Hertel dann rauszuschmeißen. Aber wir geben jedem die Chance, lassen uns überraschen, positiv. Vielleicht kann er ja direkt neue Impulse bringen, die Mannschaft einschwören. Heute ab 16.30 Uhr gibt es auch noch eine Pressekonferenz, die werde ich mir anschauen. Der Trainer wird auch der Mannschaft vorgestellt. Und ja, jetzt heißt es eigentlich einfach nur Taten sprechen lassen und gegen Nürnberg direkt punkten. Also ich bin sehr, sehr gespannt drauf. Sollte Hansa tatsächlich jetzt in dieser Saison absteigen, was wir alle nicht hoffen, dann muss auch der Vorstand, denke ich, die Konsequenzen tragen und wird dann hier auch angezählt. Also Piekenhagen weiß, denke ich, was für ein Druck das jetzt ist. Trotzdem trauer ich immer noch ein bisschen Jens Hertel hinterher. Ich denke, das geht vielen genauso. Hab da auch vielleicht nicht das beste Gefühl, aber hoffen wir einfach mal, dass ich mich da täusche und wir eines Besseren belehrt werden. Aber Stand jetzt, keine Ahnung, ob das der richtige Trainer für unseren FC Hansa sein soll. Deine früheren Trainerstationen waren einmal, ja, wie schon gesagt, bei Waldhof Mannheim. Vielleicht gibt es ja auch ein paar Waldhof-Fans hier, die jetzt schauen. Können gerne mal reinschreiben, was er so für einen Fußball spielen lässt. Ist er ein Guter? Ist er ein Schlechter? Das alles gerne einfach mal rein. Ich muss wirklich sagen, hab nicht viel von ihm mitbekommen in der Vergangenheit. Und deswegen ist das einfach jetzt so ein kompletter Neuanfang. Dazu war auch noch Co-Trainer bei unserem Erzrivalen Pauli. Dann beim Chemnitzer FC. Und ich glaube auch noch Jugendtrainer bei Eintracht Frankfurt. Im Fußball zählt Leistung, zählen Punkte. Und wenn wir genug Punkte holen und am Ende über dem Strich stehen, dann ist alles gut. Was mir halt irgendwie noch ein bisschen auf dem Herzen liegt, ist halt, ja, das, was wir in den letzten Jahren halt aufgebaut haben. Wenn das jetzt einfach weggeschmissen wird durch so eine Trotzreaktion, in Anführungszeichen. Wenn man sich einen Spieler holt, äh, einen Spieler, einen Trainer holt, der noch keine Zweitliga-Erfahrung hat, kann das selbstverständlich auch nach hinten losgehen. Siehe Dynamo Dresden, letzte Saison. Ihren geliebten Trainer entlassen. Es lief ja am Anfang richtig gut. Und dann wollte man irgendwie auf Krampf schnell Verbesserungen, Änderungen, genauso wie es jetzt bei unserem FC Hansa der Fall ist. Also schon eine kleine Parallele da. Und dann haben sie sich den Capreti geholt, auch aus der dritten Liga. Man kann das nicht immer vergleichen. Vielleicht ist der Patrick Löckner ein ganz anderer Typ. Das werden wir jetzt dann in den nächsten und kommenden Spielen sehen. Ihr seht schon, ich war noch unterwegs und habe die Meldung jetzt direkt im Auto noch erfahren. Deswegen auch, äh, ja, der, äh, blendende Hintergrund. Also, man kann nur hoffen, dass es nicht so wird, wie viele Jahre vorher mit den ganzen Trainerentlassungen. Dieter Eils oder sowas, den Next Dieter Eils, will ich nicht hoffen. Also dann ist sowieso alles vorbei. Aber, ja, schauen wir einfach mal, ob der Glöckner direkt neue Impulse setzen kann. Die Mannschaft muss sich jetzt zeigen. Jeder will in die Startelf. Das ist halt das Einzige, was so ein neuer Trainer-Effekt vielleicht bringen kann. Alle Jungs starten von Null. Und jeder möchte sich zeigen, hoffe ich doch, weiß, was er hier bei unserem FC Hansa hat. Und was, ja, auch das für das Umfeld bedeutet, ne, so ein Abstieg, das wäre die absolute Katastrophe. Und ich hoffe, das weiß jeder, auch der Co-Trainer, der mit dabei ist. Am Ende wirst du an den Ergebnissen gemessen. Schreibt gerne in die Kommentare, was euch so auf dem Herzen liegt. Was denkt ihr? Ist es der richtige Trainer? Ist es die richtige Wahl? Und am Ende bleibt mir gar nicht mehr viel zu sagen, außer hoffen, 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 dass das Ganze funktioniert und kein Fehler war. Haltet durch, bleibt stabil. Wir werden das Ganze beobachten. Haut rein. Und bis zum nächsten Mal.